meine sehr geehrten zuschauer herzlich willkommen zurück zu verlorene seelen wie ich letztes mal schon gesagt habe wir lassen hier die party steigen also hier ist ja alles voller gegner es ist abartig und die beschmeißen einen mit gülle und mit allem drum und dran ich bin gespannt wir haben noch nicht alle räume hier angeschaut tabletten sind sehr gut die werde ich hier brauchen da wartet schon der nächste der ist zum glück nicht dazu gekommen sich zu wehren die kiste ist verschlossen aber das schloss sieht schon ziemlich brüchig aus also entweder brecheisen oder das etz mittel nehmen mal das etz mittel gartenschlüssel ah sie hat es gefunden ich habe das buch endlich gefunden du brauchst eine allraunen wurzel ein fliegenpilz ein wenig efeu und eisenhut das findest du bestimmt alles im burggarten und was muss ich damit den zutaten machen du musst dir eine halbe stunde aufkochen lassen soll ich dir dabei helfen danke aber das brauchst du nicht kannst du stattdessen mal nachsehen wie es miss taylor geht mache ich ich werde mich dann mal um die ich werde mich dann mal nach den zutaten für den trank umsehen aber bitte wirklich nicht in den keller bevor du nicht den trank hast der geist von diesem mann der bei miss woods gewesen ist warte direkt vor dem eingang dann hat er sich also wieder unter kontrolle ja aber mit dem band dran kannst du ihn für längere zeit vertreiben in ordnung macht ihr keine sorgen ich werde erst dann in den keller gehen wenn ich den trank habe alles klar ist jetzt die frage bewegen wir uns schon aufs finale zu keiner weiß es was die tür ist abgeschlossen sie ist aus kunststoff madame wieder einmal zurückkommen ich brauche mal wieder deine hilfe junge dame ich mache die tür sofort auf vielen dank so was haben wir hier patronen id karte stufe delta so wir speichern natürlich wieder die tür kann nur mit einer id karte öffnen er hat keinen strom das heißt wir müssen uns doch mit der auto batterie vermutlich um den generator kümmern aber die muss ich wahrscheinlich noch mit dem überbrückungskabel kombinieren ja juhu hey es werde licht bieb solange ich nichts habe um die geister abzuwehren sollte ich nicht in den keller gehen ah ich muss erst in den garten vermutlich gartenschlüssel 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 habe ich ja gekriegt aber wo komme ich in den garten 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 wie komme ich in den garten es gab ah haha ich wusste hier war irgendwo noch eine beschlossene tür eu 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 leute 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 chillt chillt mach mal bitte eine ganz chillic Wir benutzen mal die Pappgun. Junge! Wieso kann der mit einer Waffe schießen? Nee, das wäre übertrieben. Sein Kopf ist geplatzt. eisenhut zwei schrotpatronen fliegenpilz dass der efeu und 9 mm patronen depot schlüssel das wachendepot und und tabletten eine arona aber ich krieg die pflanze nicht aus dem boden ich kann doch nicht einfach dort graben aber ich habe ich eine andere wahl alexandra norweg das ist halt so ihr grad eine schaufel und doch wir müssen da graben alexandra soll ich wirklich mit einem graben gut dass du kommst ich muss dich etwas fragen wegen meinem grad ja ich krieg die alle raunen nicht aus dem boden mir bleibt wohl nichts anderes übrig als sie auszugraben dein leichnam wird bestimmt schon längst zu staub zerfallen sein also nein der ist gar nicht im grab aber wo ist er dann erst im keller eingemauert alexandra warte im keller eingemauert es tut mir leid im keller eingemauert kein wunder dass ihre seele keinen frieden findet dann ist es sowieso egal ob ich hier grabe oder nicht eingemauert so richtig schön grausam so wo es meine meth küche damit ich das zeug zubereiten kann erst mal wappendepot ne heckler und koch mp5 geil und schrottpatron also ja ich muss noch irgendwo zubereiten aber wo hier nicht auf dem klo sicher auch nicht wir machen keinen vielsafttrank auch jetzt muss ich noch eine küche finden also ich schätze mal dass es nicht reicht das zeug einfach zu kombinieren die sachen tauchen hier auch glaubt gar nicht auf kann das sein doch auch wenn jetzt ja dachte ich mir ich brauche eine küche ich brauche eine küche ok ah perfekt das müsste lange genug gewesen sein der trank ist fertig aber irgendwie kann ich mir immer noch nicht vorstellen dass so etwas gegen geister helfen soll ich muss den trank nur noch in ein gefäß füllen habe ich doch sicher was da eine leere flasche banntrank erhalten tja gleich werde ich wissen ob es funktioniert äh ja ich bin wirklich enttäuscht von dir diana einfach diese kleine drecksgöre auf mich zu hetzen ich hasse es wenn ich gestört werde aber nun ist niemand da um dir zu helfen ich denke wir werden sehr viel spaß miteinander haben und netterweise hast du ja sogar etwas zu trinken mitgebracht ich hoffe es schmeckt ihnen was ist das wieso verschwinde ich was haben sie mit mir gemacht tja aber das war jetzt halt auch der einzige banntrank ne oh das klingt nach ende auf der plakette steht die id nummer des wissenschaftlers 17 59 oh hier kommen jetzt auch die schwarzen ranken zum vorschein und die machen aua 5 9 mm patronen man braucht eine id karte mit der stufe alpha um diese tür zu öffnen äh 17 59 war es ne ok dann halt nicht da waren runen drauf ah gott sei dank ihnen geht es gut und ihnen zum glück auch was ist es hier für ein zimmer es ist wie ein normaler wohnraum eingerichtet anscheinend hält sich mr welford die meiste zeit in diesem raum auf er sucht nach einem weg seine frau zu retten ich weiß er hat mir alles erzählt und hier sind sie wirklich sicher Alexandra meinte der raum ist durch starke bahnruhen geschützt geister können ihn nicht betreten dann bleiben sie besser erstmal in diesem raum und was ist mit ihnen diana ich werde einen weg finden aus dieser bock heraus zu kommen und wenn ich dafür mr welfords frau zerstören muss das ist aber sehr gefährlich mir bleibt wohl nichts anderes übrig hm in den forschungsberichten wird etwas von einem spektral verstärker erzählt anscheinend ist es eine waffe die von den wissenschaftlern entwickelt wurde um geister zu töten wissen sie ob die waffe hier irgendwo ist ich denke schon die neuen labore liegen alle im keller gut dann werde ich mal die augen offen halten der spektral verstärker der macht piu piu aua die schwarzen ranken machen auch piu piu aua die wachleute werden immer mehr von der schwarzen masse eingehüllt 9mm patronen was will ich denn noch mit 9mm patronen mit dem normalen revolver werde ich mich hier nicht verteidigen können auch das noch mr white war schon als mensch gefährlich genug elisabeth es tut mir so leid hätte ich gewusst was aus ihr werden würde dann hätte ich dich lieber in frieden sterben lassen wenn ich sie dort so liegen sehe denke ich oft sie würde einfach aus ihrem schlaf erwachen und alles wäre wie früher sie müssen der realität ins auge sehen ihre frau wird niemals wiederkehren das was jetzt noch da ist hat nichts menschliches mehr an sich es ist nicht mehr als eine blut als ein blutrünstiges monster sind wir das nicht auch monster das spielt jetzt keine rolle es gibt wichtigere dinge über die sie sich den kopf zerbrechen sollten vor allem wie wir lebendig aus dieser burg herauskommen das ist mir egal wie sie meinen aber ich habe nicht vor hier zu sterben deswegen werde ich das tun was sie schon vor langer zeit hätten tun sollen aber dafür brauche ich das spektral schild bam headshot erste hilfe kasten 3 schrotpatronen spektralkontaktlinsen auf dem zettel steht dass man mit diesen kontaktlinsen unsichtbare geisterenergie sehen kann ok bin mal gespannt das klo noch ein klo aber ohne licht aua ach nee jetzt hör den ruf rennt doch nicht weg hei 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 stress ein mikroskop warte mal ich hab doch zahl ich meine tafel id dazwischen ich hatte doch nen coach streifen 9 0 5 2 8 9 0 5 2 8 9 0 5 2 8 Tada! Hier kann man anscheinend die Sicherheitsstufe der ID-Karte erhöhen. Wo ist er, meine schöne ID-Karte? Da. Ich muss die ID eines Wissenschaftlers... Ja, die haben wir. 1759. Wurde nur noch Stufe Gamma aufgewertet. Aber für die brauche ich Alpha. Na gut, ich habe noch nicht jede Tür angeguckt. Hier ganz rechts bin ich zum Beispiel noch nicht lang, oder? Aha! Der Schrank ist leer. Erste-Hilfe-Kasten? Immer schön. Aua! Aber ich kann dich auch nicht treffen. Aua! Gasmaske! Aber warte mal, mit dem riesen Generator kann man doch sicher irgendwas machen. Ein großer Generator. Oder auch nicht. 10 9mm-Patronen, 3 Schrotpatronen, 2 Granaten, M16A1 und 20 Schuss Munition. Die habe ich noch in meiner... Ah ja, da habe ich aber auch noch eine Menge drin. Ich bin bestens gerüstet, würde ich sagen. Aua! Ach, es sind die Grünen, die wehtun. Stufe Beta. Okay, gucken wir uns die Tür ganz oben an. Die habe ich noch nicht probiert. Oje! Ach so, geht, funktioniert jetzt, weil Gasmaske gefunden. Okay. Forschungsunterlagen. Anlage ist außer Betrieb. Gott, Leute! 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 Die Beta-Karte. Ich bin der Beta-Peter. Das könnte dieser Spektralverstärker sein. Oh oh. Sie sind also auch hier, Miss Carradine. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie so lange überleben. Wie nett. Wie wäre es, wenn wir Sie... Wenn Sie mir mal ausnahmsweise helfen würden, anstatt nur an sich zu denken. Wenn ich eines im Leben gelernt habe, dann, dass man sich nur auf sich selber verlassen kann. Wie Sie meinen. Ich werde auch alleine mit dieser Elisabeth fertig. Gehen Sie von der Waffe weg. Gehen Sie nun völlig durch? Nein, aber ich bezweifle, dass Sie eine Chance gegen dieses Monster haben. Wenn die Waffe Elisabeth in die Hände fällt, gibt es keinen Weg mehr, sie zu zerstören. Ich werde nicht zulassen, dass Sie unsere einzige Chance verspielen. Also gehen Sie zur Seite, oder ich bin gezwungen, Sie zu erschießen. Ich rate Ihnen, mir nicht in die Quere zu kommen. Denken Sie erst gar nicht daran. Ich werde keinen Moment zögern, Sie zu erschießen. Sie sind also der Sicherheitschef. Ich habe schon einiges über Sie gehört. Bastard war dabei noch die netteste Beschreibung. Mir ist es völlig egal, was Sie von mir denken. Aber wenn Sie mich erschießen, dann begraben Sie damit Ihre einzige Chance, lebendig aus dieser Burg zu kommen. Tun Sie nicht so, als ob Sie uns helfen wollten. Sie hätten uns hier alleine alle zurückgelassen. Na und? Wenn Elisabeth erstmal zerstört wurde, ist es kein Problem mehr, aus der Burg zu fliehen. Mit den Zombies werden Sie ja anscheinend fertig. Also wo ist das Problem? Wo das Problem ist? Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie viele Leute von uns noch leben? Ich habe es Ihnen schon mal gesagt. Ich bin kein Babysitter. Also entscheiden Sie sich. Entweder Sie lassen mich gehen, oder Sie erschießen mich. Sie lassen mir keine andere Wahl. Jason! Diana! Fliehen Sie! Ich kann das nicht mehr lange durchhalten. Sie wissen, was mit mir passieren wird. Nein, ich werde Sie nicht einfach zurücklassen. Gehen Sie endlich! Sie können mich sowieso nicht retten. Nein. Meine Seele! Kriegst du nicht! So ist richtig. Jason. Warum gerade er? Warum nicht dieser Bastard Cooper? Er hätte es wenigstens verdient. Es ist absurd. Aber irgendwie fühle ich mich für den Tod von Jason verantwortlich. Nur wegen mir ist er dort aufgetaucht. Ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Ich muss einen Weg aus dieser Burg finden. Genau. Immer vorwärts. Bis zum Ziel. Aber er hat alles richtig gemacht. Erste Hilfe-Gasten. Abgeschlossen. Sie ist aus Kunststoff. Madame. Ich bin aus Kunststoff. Hilfst du mir wieder bei dieser Tür? Ja. Mach ich. Die Tür ist offen. Danke. Ein Geist. Er wurde in der Röhre eingesperrt. Toadstreifen 2. Heißt das, er kann da auch nicht raus? Wie schaffen sie es, die Manifestation eines Geistes erhalten zu bleiben? Also erhalten zu lassen. So. Ihr wisst, was ich meine. Haha, weite Richtung. Zünder. Trinkt noch Spaß mit Sprengstoff. Dort steht, beim Code für den Lagerraum müssen alle Ziffern noch um 1 erhöht werden. Der Silve-Kasten. Okay. Hi. Ach. Man kann die aber auch nicht ignorieren, ne? Bobletten. Um die Tür zu öffnen, muss man ein Passwort eingeben. Das hole ich mir sofort. Ich brauche nur das Mikroskop. Das muss die Kontrollanlage sein. Aber solange die schwarzen Tentakel da sind, kann ich sie nicht bedienen. Also wir kommen auf keinen Fall drum rum, Elisabeth zu zerstören. Was jetzt auch nicht schlimm ist. Aber sie hat keinen Kartenleser. Anscheinend kann man das Schloss nur mit einer Fernsteuerung öffnen. Vielleicht sollte ich einen anderen Weg suchen, um die Tür zu öffnen. Madame? Okay. Ne. Muss ich irgendwann mal schauen. Erstmal müssen wir den zweiten Code-Streifen entziffern. Und dann alle Werte noch um 1 erhöhen. Äh, Code-Streifen 2. 5, 6, 0, 3, 2. Das heißt 6, 7, 1, 4, 3. 6, 7, 1, 4, 3. 6, 7, 1, 4, 3. 6, 7, 1, 4, 3. 6, 7, 1, 4, 3. 6, 7, 1, 4, 3. 6, 7, 1, 4, 3. Jawohl! Erste Hilfe-Kasten. Munition. Und eine Sprengladung. Wo versteckst du dich, Elisabeth? Das sieht aber gar nicht gut aus. Das Bein kannst du wohl vergessen. Verdammter Bastard. So harte Worte. Nun bin ich aber wirklich beleidigt. Mir bleibt nichts anderes übrig, als sich dafür zu bestrafen. Oh lol. Das ist ein ganz schöner Sadist. So, das heißt, diese eine Tür, die hier, die müssen wir wohl auch sprengen. Sprengladung kombinieren mit dem Zünder. Sprengsatz erhalten. Benutzen. Finde ich cool, dass ich weiß, wie man einen Sprengsatz benutzt. Was ist hier passiert? Das ist doch... Eigentlich hat er es verdient. Aber auf so eine Art? Wer ihn auch getötet hat, das war sicherlich kein Zombie. Ich sollte vorsichtig sein. Spektralverstärker erhalten. So. Das könnte jetzt das Ende sein. Ah, noch nicht ganz. Ich hab mir schon gedacht, dass es bei Ihnen nicht lange dauern würde. Ah, das sind sie ja endlich. Elisabeth hat schon gesagt, dass sie kommen werden. Sie hat mir angeboten, mich zu einem Geist zu machen, wissen Sie? Ich hab erst gezögert, doch dann hab ich mich doch entschieden, auf ihr Angebot einzugehen. Und es war eine gute Entscheidung. Noch nie hab ich mich so frei gefühlt. Früher musste ich aufpassen, dass mich niemand bemerkt. Es war so ermüdend, immer vorsichtig zu sein. Aber nun, als unsterblicher Geist kann ich machen, was ich will. Niemand wird mich aufhalten. Auch Geister können sterben. Sie glauben wirklich, dass diese Waffe da mich verletzen kann? Wir werden es gleich herausfinden. Jo. Motherfucker, dreht ab. Oh. Oh. Na? Wie ist das möglich? Diese Waffe. Ich spüre wirklich Schmerzen. Du, du darfst mich nicht töten. Und tschüss. Das Schlimme ist ja, bedenkt mal, wir gehen in diesem Spiel davon aus, jeder Mensch hat wirklich eine Seele und jeder Mensch wird mehr oder weniger, kann zu einem Geist werden, auch auf relativ normale Art, durch einen normalen Tod oder mehr oder weniger normalen Tod, siehe Alexandra. Und kann halt mehr oder weniger seine richtige Ruhe finden. Mit dem Spektralverstärker zerstören wir eigentlich sogar diese Seele. Das heißt, die Seele kann nicht nur Ruhe finden, die Seele existiert dann nicht mehr. Das ist dieses große, schwarze, endlose Nichts, vor dem die Menschheit seit Jahrtausenden Angst hat. Also ist es wirklich eine, eine sehr, sehr barbarische Waffe. Ganz viel Munition. Die Karte Stufe Alpha. Hilfe. Hilfe. Nein, tu das nicht. Das ist doch Miss Woods. Mach das nicht. Habe ich mich nur getäuscht? Hallo Mary. Miss Woods, sie, sie sind ein Geist. Ja, und es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich fühle mich auf einmal so befreit. Was ist, möchtest du nicht ein wenig mit mir spielen? Spielen? Ich weiß nicht, was sie meinen. Bin ich dir etwa nicht gut genug? Du denkst wohl nur, weil ich meine Nase nicht den ganzen Tag in Bücher stecke, bin ich dumm? Nein, so, sowas würde ich nie... Du lügst doch. Weißt du was? Ich werde dir einfach deine verdammte Zunge rausreißen, dann wirst du nie wieder Lügen erzählen. Oh jey. Dann mal auf, auf. Zurück. Oh komm. Woher kommt ihr jetzt her? Also warte, das... Der Spektralverstärker hilft gegen die nicht. Kann Geister zerstören. Das hier sind aber Zombies, keine Geister. Deswegen funktioniert das nicht. Nee, ich heb mir den auf. Nehmen wir die M16. Pfeilung. Ah, das war eine zu viel. Nicht cool. Sobald du durch die Tür gegangen bist, ist es nicht mehr möglich zurückzukehren oder abzuspeichern. Weiter. Sie also auch. Ja, und das ist deine Schuld. Bisher hast du mir nicht geholfen. Ich... Ich konnte es nicht. Die Tentakeln hätten mich auch in das Loch gezogen. Du lügst. Du wolltest. Du wolltest mir nicht helfen, weil du denkst, ich wäre es nicht wert. So ist es doch, oder? Nein, das stimmt nicht. Wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, dann... Ich habe keine Lust mehr mit dir zu reden. Am besten nicht töte dich, bevor ich mir noch mehr Lügen anhören muss. Ah, jetzt mal wieder den Spektralverstärker. Auferstärker. Aua. Nicht mit mir, Madame. Nicht mit mir. Ich bin lernfähig. Was ist das für ein seltsames Gefühl? Ich... Ich möchte nicht sterben. Nicht nochmal. Es tut mir leid, Julie. Aber ich hatte keine andere Wahl. Ich muss diesem ganzen Spuk endlich ein Ende setzen. Nein, warum gerade jetzt? Ich war doch so kurz davor, dem allen ein Ende zu setzen. Diana! Alexandra, was... Was ist das? Ich kann mich weder bewegen noch sprechen. Tut mir leid. Aber so kann sie dir nicht deine Seele wegnehmen. Es fühlt sich sehr unangenehm an, wenn man besessen ist. Tut mir wirklich leid. Ist schon in Ordnung. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Ohne dich wäre ich jetzt ein Geist. Bitte bring mich nun zu Elizabeth, okay? Ja, mache ich. Mary, ist mit Ihnen alles in Ordnung? Ja, ich denke schon. Bitte bring Mary hier raus. Mach ich. Sie will wieder in ihren Körper zurück. Dann muss ich wohl zuerst ihren Körper zerstören. Geht jetzt lieber, bevor sie erwacht. Ich wusste, dass du kommen würdest. Willst du mich nun töten? Du lässt mir wohl keine andere Wahl. Ich werde nicht zulassen, dass du in deinem Wahn noch mehr Menschen tötest. Hast du mich wirklich so sehr? Ja, ich spüre es. Deinen Wunsch, mich zu vernichten. Deinen grenzenlosen Hass. Sind wir uns am Ende nicht sogar ähnlich? Vergleich mich nicht mit dir. Ich töte niemanden aus reiner Boshaftigkeit. So denkst du also von mir. Ich hole mir nur das zurück, was mir gehört. Nenn es, wie du willst. Für mich bist du ein mordendes Monster. Hast du Angst? Nein. Selbst wenn ich sterbe, weiß ich, dass mich ein Jenseits erwartet. Und wie sieht es mit dir aus? Hast du Angst? Ich fürchte, auf dich wartet kein Jenseits. Du wirst mich niemals vernichten. Oh doch, das werde ich. Aber ich brauche erst eine normale Waffe. Sowas zum Beispiel. Aua. Aua. Ah, verdammt. Huh. Nein, das ist unmöglich. Du kannst mich nicht besiegen. Du bist doch nur ein Mensch. Habe ich es geschafft? Ha, als ob. Der Spaß fängt gerade erst an. Immer noch da. Denkst du, es reicht aus, meinen Körper zu zerstören? Wie naiv du doch bist. Der Körper ist nur eine Schale, nichts mehr. Eine Marionette der Seele. Wenn ich will, kann ich mir jederzeit wieder einen neuen nehmen. Und wer weiß, vielleicht nehme ich ja auch einfach deinen. Naja, das tust du nicht. Ah. Okay, Party. Aua. Da kommt die Engine nicht hinterher. Heilen. Das war's. Nein, du wirst mich nicht töten. Niemals. Das war's. Der Endkampf ist ein bisschen enttäuschend. Wobei ich sagen muss, bei meinem ersten Playthrough bin ich komplett ausgerastet. Weil ich nicht gecheckt habe, dass man ihren normalen Körper nur mit normalen Waffen besiegen kann. Da habe ich stundenlang mit dem Spektralverstärker drauf gerotzt. Und ich habe echt gedacht, das Spiel wäre verbuggt. Da, Hanna. Sind Sie schwer verletzt? Nein, das geht schon. Ich muss mich nur ein wenig ausruhen. Ist Elisabeth tot? Ja. Aber die anderen Geister sind noch da. Elisabeth hatte sie nur aufgesogen. Deswegen ist sie auch nur so stark geworden. Ich habe in den Forschungsberichten gelesen, dass Mr. Walford sie regelrecht mit den anderen Seelen gefüttert hat. Da müssen wir die restlichen Geister auch noch vernichten. Aber bevor ich das mache, gibt es da noch etwas anderes zu tun. Was denn? Wo sind deine Überreste eingemauert? Hier bin ich, richtig? Ja, ich bin mir ganz sicher. Hm. Ist etwas, Alexander? Du hast mich nie gefragt, wieso ich dort eingemauert bin. Das ist bestimmt keine schöne Geschichte, nicht wahr? Nein, das ist sie wirklich nicht. Deswegen möchte ich dich auch nicht darüber ausfragen. Aber ich weiß, dass es der Grund ist, wieso du noch im Diesseits bist. Warum hast du denn nie mit jemandem darüber gesprochen? Mir hätte doch niemand zugehört. Ich habe die ganze Zeit auf jemanden wie dich gewartet. Hm. Es wird Zeit, dass du ein ordentliches Begräbnis bekommst. Vielen Dank. Du weißt doch, du musst uns nicht danken. Wir sind es, die dir danken müssen. Ohne deine Hilfe wären wir schon lange tot. Hm. Es wird Zeit für mich zu gehen. Passt auf euch auf, ja? Macht dir keine Sorgen. Mit den restlichen Geistern werden wir schon fertig. Leb wohl. Och, wie süß. Dann bleiben nur noch die Geister. Ich glaube, wenn die Maschine zerstört wird, müsste die spektrale Schockwelle die ganzen Geister zerstören. Sie haben sich wirklich sehr intensiv mit dem allen beschäftigt. Ja, ich hatte viel Zeit zum Lesen. Es ist einen Versuch wert. Das ist also die Maschine. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen durch sie gestorben sind, wird mir schlecht. Ja, sie hätte niemals gebaut werden dürfen. Auf was soll ich schießen? In dem Kristall dort soll die spektrale Energie besonders stark konzentriert sein. Am besten sie schießen auf ihn. Wen haben wir denn da? Eigentlich sollte ich dich ja auf der Stelle töten. Dieses Zeug war wirklich eklig. Aber ich mache mal eine Ausnahme. Meine Freunde hier wollen unterhalten werden. Ich denke, ich werde mit Mary anfangen. Hey, Jena. Keine Angst. So weit wird es nicht kommen. Mr. Ryan, Sie gehen mir langsam wirklich auf die Nerven. Aber damit ist jetzt Schluss. Geschafft. Endlich. Aber wie kommen wir jetzt aus der Burg heraus? Wir müssen die Kontrollanlage wieder in Gang bekommen. Hilfen Sie mir dabei? Natürlich. Tadaa. Ende Gelände. Und danach sind die beiden in die Klapse gekommen, weil niemand ihre Geschichte geglaubt hat. Das ist noch ein Happy End. Ah, ich muss jetzt erstmal was trinken. Äh, hier zwei 40 Minuten Folgen aufgenommen und nichts getrunken. Und in eine Halbstunde spiele ich Chained Echoes. Ah, schön. Ne, passt doch. Alle möglichen Beta-Tester und... Naja, ihr kennt's ja. Gute alte Maker-Szene halt. Die, die es heute nicht mehr gibt. Gefühlt. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch für's Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Projekt. Und, öh, jo. Bis zum nächsten. Bis dahin. Euer Daniel. Adios.